Es hat super funktioniert und Axel ist einfach auch wirklich ein hammerguter Schauspieler und sicherlich auch jemand, der sich so schwer damit getan hat, sich davon zu lösen, was Leute vielleicht denken wegen der Karriere, die er sehr, sehr früh begonnen hat und damals gemacht hat. Aber ich bin mir echt sicher, dass Leute, die vielleicht aus was für dummen Gründen auch immer ein bestimmtes Vorurteil Axel gegenüber haben oder ein bestimmtes Bild haben, dass sich dieses Bild radikal ändern wird, nachdem sie den Film hier sehen, weil das ist einfach ein irre guter Schauspieler, wahnsinnig guter Komödiant, ein irres Timing-Gefühl, irre präsent und der scheißt sich nichts, der zahlt bar, wie meine Mutter gesagt hätte. Toller Schauspieler.